herzlich willkommen meine damen und herren zum 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 machen kann man das war chinesisch klingt komisch ist aber so wir sind überwortsch und mitspielen tut natürlich wieder beim mit bob ja ich liebe dich auch hallo und der liebe mario schröber klick ich hab nur darauf erwartet eigentlich ja ja okay der teilung und tag quasi geht weiter aus der letzten runde also aus der letzten folge ist doch die geschichte tatsächlich aus der letzte folge wir brauchen ein reinhard nee was brauchen wir denn ich bin immer so schlecht im dpa leiter defensiv oder dps hauptsache du kommst gleich mal weil ich brauche weiter mann hier machen hatte gefunden ich habe noch nie eine widow gespielt du bist aber noch gar ein gott alter ich komme ist überhaupt kein problem macht euch gehen so gut wenn die reserve schon mal nachrückt genau ich bin quasi ja oh gott das war ja schlecht jetzt gar kein problem links von uns ist ein junkrad da hinten ist auch eine widow in einer treppe und ein reaper oben auf dem dach der reber hat mich tot wie bei dach tot ja also rieber lebt ob da oben ja klar also wie gemeint war war mir klar der geschützt ist jetzt ist er unten kommt schon tante kriegt der tatsache dieses halb wo ist denn der was er jetzt mit dem rebar hier kriegt er nicht ne der hat ihn okay mich hat er auch noch und um zwischengehalten okay einer ist jetzt ich hab da hier die giftgas durch gespredet oder was auch immer das für ein zeug ist wo du da komm ich gar nicht rein das war nix deswegen spiel keine widow glaube ich ich hab mir zwei kitsch von gold wisst bescheid ja nicht mehr lange der reaper ist links im haus drin und jetzt kommt aus was zum fucking teufel man diese drecks widow oh nee ich hab sie doch getroffen wirtschaft ich bin jemand anders ja sehr gute idee reaper dps reaper einfrieren du achso schnappt euch den schräuber haben wir ja gut hingekriegt hier zack wird es ruhig hier zack ist die meute konzentriert schön schön zu spät ihr weinen du hast mich an fucking gearschen man oha zwei dings haben sie da was denn zwei dings ne ich weiß nicht mach mal bitte einen kompletten Satz ich hab keine ahnung was ich jetzt sagen will ich hab auf jeden fall ein mega problem hier shit sah so aus ne ein reaper und ein soldier jagten mich ja ok ich kann grad nicht in ruhe mein geschütz aufstellen das kannst du grad vergessen bin tot ja du musst ein back up back up back up wir brauchen genau brauchen wir das ist schlecht das ist eigentlich schlecht wir brauchen eigentlich haben wir noch einen seniater das ist bob nicht mehr ja das ist der punkt scheiße alter meinen maustast geklemmt mit damit das gibt es doch gar nicht was also faddy macht reinhardt jetzt geht's los so oft die wechseln ich noch nie wechsel auf roadhog lecken mich alle ja also ich nehme junkrat noch kurz Ulti von Mai vorgeraten und dann wechseln froh kann ja nicht sein dass wir so geraped haben ich mache hier einfach kurz das ist der stelle wer war ich nicht mehr ich halte nur noch sinnlos rein reinhardt ist weg oder links und die mercy alles klar das war deren ist irgendwas drin oder was ich brauche heilung und nehmen sie mir ich schieße pfeile ganz auf hier kommen alle von links feierleute da oben die willow und dann ist ein chick mein Ulti ist ready wenn sie naja komm schmeiß ich die Ulti rein 900 ihr kriegt da nix tot kann es sein jetzt kommen sie rein jetzt kommen sie rein ja das ist mir fast bemerkt wie sie mich weggepusht haben ach so deswegen verstehe jetzt kommen sie die Luft ist wie vorall ich habe noch ein Reifen parat und sein muss noch geht's die besten Reifen im Spiel ah die Widow baut sich links oben auf ach fuck ich bin hinter den ja wie das aussieht gerne mal gemacht 900 600 500 300 100 ist vorbei wir kommen jetzt von links von links kommt er nicht durch das gibt es noch nicht bin fast weg bin tot bin tot das Tor ist gefreut eh noch nicht der Winzen gleich vorne ist ich bin zurück und warte mal wenn der Winzen macht dann könnte ich noch mal gut dann werde ich gefestet von dem fucking Leiter der einfach mal mich scharzt wie durch doch ein aufzählen Entschuldigung nee ist es schartart muss das Video nicht hochladen nein ist überhaupt nicht schlimm wir haben überhaupt kein Bildung drauf gar nicht auftragt wir können hier machen was wir wollen wir setzen unsere Flugfote durch dielaute wie viel Karin inhaltende ding hier schrott der macht sich lange der macht sich lange kann ich sagen ich habe ihn gefangen ist tot ich werde hier gefüsstet am laufen okay was auf das mit dem übertreiben haben wir jetzt nicht so gemein oh ja oh ja na die hat dir gefallen dann schön ist er weg könnten sie durchbrechen echt nein dieses tor wird nicht fallen nämlich mit vater und ich hab noch ein reifen kann denn hier schütz auf dem turm wir haben den liefer aber das war echt assi geschützt ist tot wir haben noch zwei minuten drei minuten haben eigentlich im prinzip noch nicht gut sehr gut sehr gut machen kaputt ich hab ihn vorbereitet für dich ich hab ihn schon mal weiche macht flauschig er ist flauschig gut ich gehe wieder auf die hauptstraße und noch damals schau mal nackt nicht genug schrott ich hab keinen schrott hier gibt es er läuft doch kaputt schaut mit den augen das gut wo ist der denn ein alter wo ist alter kass den habe ich gerade so noch hoch sprengen können alle bereit sehr gut haben wir irgendwas was hier von springen drücken ja ich weiß das habe ich gerade achso warum hast du jemand getroffen tatsächlich ja ja natürlich du weißt du jetzt warte mal akasmus nein also ja weiß ich nicht mehr dank gott kommt ah barriere warum liegt da vorne rüstung wenn die keiner rankommt weil du dran vorbeierdorf ne überhaupt ist dran vorbeierdorf was ist das für eine ansage hier das liegt ja in die rüttung wenn die keiner rankommt wir sollen das machen war nur ne frage ist ja gut wer sei ja hinter uns rum ich krieg hier nicht shit ich hab auch ich krieg es der hat null hp ist nicht mehr dass er da noch und dann wird er die war 25 23 oh nee meine ulti ist für eine asch das ist doch super voll großartig es ist vorbei wenn die fette aussehen und da war sie gut machen die schritte müssen die fracht ihr müsst dran an die fracht ich bin hinten dran ich stehe nicht ja muss man aber viel zu oft die wechsel und so war unentschlossen ja das ist natürlich echt hart gut ja ganz stark komm mach na klar wisse viel schaden keine kids ja war schon überwählten von den kappers zum zum ende auf den gewechselt nicht ja ne also später irgendwann ich hab total hab ja mit mit torbjörn angefangen mit dem schaden vom geschütz alles klar ne ne torbjörn hat 3000 hat 3000 schaden gemacht schau an mit den die restlichen elf acht ja zwölf minuten beste unterhaltung wir machen noch eins ganz ruhig 2 minuten beste unterhaltung das war doch die Schimpfworte sagt er dass wenn er in der Folge sind die pfp klick bett nennt man so an klick bett b b so hat voll dienen gegen eine reingte doch ich bin jetzt alle nur rippert wenn auch nicht mehr als breit das bringt so weit braucht es zu bringen ich Okay, ja, ist klar, Leute. Ähm. Ja? Nee. Ich würde eine Mercy anbieten, ansonsten. Du würdest eine Mercy anbieten? Für den ersten Punkt zumindest danach, dann könnte man hier switchen, aber dann würde ein Bob ein bisschen Schaden kriegen oder dann müsstest du allerdings einen Reinhardt machen. Oder auch einen Tank. Ja, genau, ich mach einen Reinhardt. Ja, genau. Ja, ja, genau. Dann machen wir das so. Worauf warten wir noch? Siege Mode. Warum spiele ich eigentlich nicht okay an so? Weil ich dich jetzt mit einem Soldier booste. Weil ich dich. Jetzt booste ich dich nicht mehr. Gar an so nicht leiden. So, nehm ich die McCree. Booste mich. Nehm die McCree. Booste mich. Ey, mach ich doch denn später. Booste mich. Wenn du schade bist. Wir haben einen Soldier und der läuft da rechts rum. Da steht er, ich seh ihn. Der kriegt doch direkt den Ersten. Achso. Äh, gleich am Anfang hier, wenn ich jetzt mal kurz Bob. Ist der jetzt hier, hallo? Mach ihn, Kap heißt er. Ach shit. Das ist gut. Ey, komm, komm zurück weiter. Nicht so weit. Was tut er zurück? Die Tracer tüten. Sie tütet mich. Hab dich, Jackie. Da oben ist ein Schütz. Oben. Tracer hinter uns. Los, holt er die Schütze. Jetzt sofort. Tracer in uns. Hat sie in uns haben? Zwischen uns. Tracer irgendwo. Bob ist Leben. Bob ist Leben. Bob lebt. Immer noch. Ja, wie ich dich geheilt habe. Los, ihr Schütz. Jetzt wegmachen. Jetzt, wir Schütz wegmachen. Auf, sie schützt. Auf, sie schützt. Es ist keiner da, der schießt. Doch, na, nur Bob. Dahinter ist er auf jeden Fall. Was hält denn das Ding aus? Nein, es hat noch ein Fitzel Leben. Ich hab nur einen Rest. Der Schütz ist weg. Sehr schön, dass ich es da auch noch. Mit einem Flamestrike runtergefallen. Ja. Ich kann alles gerade den Soldier gewonnen. Ich mag den Han Solo nicht. Ja, Tracer ist weg. Meine Fresse. Immer diese Scheiße. Ich bin kaputt. Ich bin kaputt, Jackie. Doch unbedingt. Wer ist denn ich? Ach so. Deine Mercy. Die Mercy. Die die ganze Zeit bei dir ist. Ähm, wir haben ein Dead Room. Ja. Nicht mehr. Ich bin kaputt gemacht. Hinter der Tür kommt auch nochmal irgendwo so. Lass euch noch ein bisschen zurückfallen mit eurem bisschen Leben da. Oh, Jackie. Oha. Oh. Ich bin da schon nix weg. Ich hab ja auch mehr Ulti bereit, dann. Ich kann mal jemand spotten. Jackie. Ja, ja, ich bin doof. Was machst du denn da? Todes Raum. Todes Raum. Todes Raum. Ja. Wow. Siehst du? Wieso spielt eigentlich nicht mein Mann ein Ding? Wie heißt der gleich? Die Tante. Vollbauer. Ich komme da. Komme. Ich komme da. Oh, Todion-Geschütz oben unterm Wassertropfen. Ja. Oh, der ging durch mich durch, Alter. Oh, der geht auch durch mich durch. Kannst du da mal? Ist nur einer, ne? Was denn? Wo denn? Wer denn? Ja. Das war blöd. Ja, sie ist Symmetra, Alter. Die geht ja durch mein Schild durch mit ihrem Scheiß. Die Bär ist total nervig. Und so im Raum ist sie perfekt. Der Raum ist schon wieder für einen Minentag gerade sehen. Lass uns mal ganz links rum, vielleicht. Wir sind schon durch. Oh ja, na, dann komm ich nach. Macht euch keine Sorgen um mich. Dieser Solker. Ich hab dich, ich will dich gleich wieder, Bob. Hab dich auch. Doch nicht. Ach, doch nicht. Hätte ich gleich, äh, holen sollen. Ich war's nicht so, wenn du mich irgendwann mal durchgesagt hast. Ich hab mich die Füße reingeworfen, Mann. Nett von dir. Sehr nett von dir. Nein. Oh Gott, ich brauch Heilung. Ja, bin gleich da. Oh Gott. Komm doch mal abgedreht. Oh, ich hab mich schon wieder abgedreht, diesen Scheiß-Ball, Mann. Lass uns ganz links, sie hat hier das Ding voll. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Sie ist weg? Ja. Dann wird jetzt hier alle Funk weggekommen. Okay. Alles, gute Kälte. Vorsicht, Soldier und Tracer in diesem kleinen Raum nahe an der Seite. Ich bin tot. Komm zurück, Bob. Hinter das Schild. Der hat die Torgel geschossen, wenn der Tag, der Tag verjessen ist. Der will die Schütze aufhören und so. Also ist der Scheiß-Malo. Kieb, wir haben feiert. Er will seine Schütze da vorne bauen, das wird nicht gemacht. Das hört jetzt sofort auf mit dem Gerät. Seid was er drauf haben. Zeid was er drauf haben! Hab dich, Bob. Wider Schaden. Nicht so weiter vorne, Jackie. Ah, Entschuldigung. Ja, da kann ich dich nicht helfen. Kein Problem, bin schon wieder da. Ach, warum kann ich eigentlich pettern? Ja. Weil sie mich wieder wollte. Die gute Rute. Die ging gar nicht auf dich. Die ging nur auf mich. Als Zieler bist du echt Target Nummer eins. Ja. Der hat sogar mich in Ruhe. Da hat es einen Killroom an der Seite. Ich kann auch passen. Uiuiuiuiui. Bin gleich wieder bei euch. Ich glaube ich habe es jetzt. Wir sind da hier vorne. Hopp. Vor der Fracht. immer der wichtigste muss ganz ganz kurz auf zum Jack hinter dir als Mati noch mal Patta der dachte wohl du kommst nicht ran Prozent der Welt erster hat mich nee oder ist nicht dein Ernst ich hab dich in der Hellung okay Ja, da ist noch irgendwas. Bombe von Dings. Ja, genau. Was haben die denn jetzt? Okay. Wenn du Bob is on fire mit dem Hanso. Wahnsinn. Hanso stinkt. Liebe Kinder, macht das nicht nach. Hanso ist keine gesunde Klasse für euch. Genau. Spielt bloß nicht Hanso. Hanso und Dings macht das bloß nicht zu Hause nach. Kann man jemand spotten? Ach nee, das mache ich ja. Kann man jemand schaden? Ach nee, das ist nicht gut. Das alles machen, oder? Ja, schon wieder der Tracer. Die wüsste wieder für mich. Was läuft denn jetzt falsch, Mann? Oh Gott, ich habe so mies kassiert gerade. Wird kaputt schon wieder, Mann. Da haben wir noch ein Soldier mit dabei. Ja, Soldier ist oben jetzt. Den Hanso hat jetzt ein bisschen gejagt als Tank. Was ist denn das wieder für ein Scheiß, Mann? Der Soldier rennt vor dir weg und tült dir nicht dabei. Oh. Die Sache ist noch nicht. Wurde aufgehalten. Bringt sie in Belegung. Ja, okay. Warte. Lass mal hier. Wer ist noch? Ape kommt noch. Äh, eigentlich kommen alle. Nein. Ich verstehe. Oben, oben drauf da, siehst du ja, sieh. Und links kommt der Tracer. Boah, von allen Seiten kriegt ich hier mein Schild. Mein kleines Schild. Boah, dieser Soldier. Er ist ein Tod. Okay, letztens bin ich auch tot. Okay. Links rum. Oh, das war ja doof. Vorletzer, vorletzer Push, Leute. Ja. Oh, da schmolzen wir Kern. Da geht dann gleich mal aus dem Weg und bewegt die Fracht. Shit, Alter. Ist down. Damit kann ich nichts machen. Wenn ihr, ihr müsst euch hinter mir. Die stellen und die da wegholen, irgendwie. Wir haben uns gerade mal die Flanking-Strategie ausgepackt. Prank, just a prank, bro, just a prank. Nicht pranking. Flanking. Hab dich. Hab dich, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. Danke, danke, endlich. Ja. Okay. Ich bin in der... Ich bin in der... Ich schiebe. Da kommen muss die... Ich probier'n, wir bauen einen Geschütz auf rechts. Habt, äh, habe sein Gerücht. Zurück. Bleib dran. An dem Scheiß. Ob du hast Schaden? Nice. Okay. Okay, noch mal eine Minute. Sollte es durch, durchs Drohung. Äh, Tracer. Ja, 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 mich natürlich. Ich spare mir jetzt den Rest. Ja, ja, tust du es nicht. Wissen nicht. Nein, Leute. Mach es. Bin da. Gut. Geh wieder zurück, geh wieder zurück. Ja. An die Fracht, an die Fracht. Wir müssen... Wir haben ein Geschütz am Schlaß. Lobby anbaut sein Geschütze links oben auf. Da aber auch die... Feuerwäldchen mehr. Ja, alles klar. Eine Sekunde. Und... Die Schütz hat nicht mehr viel. Danke. Sehr gut. Einfach durchpushen das Ding. Wir haben, äh, Bastion. Das ist allerdings... Bastion wird schon beschossen. Muss sich schon heilen und weggehen. Perfekt. Wolter, hinter der Fracht. Hinter uns, hinter uns. Vor der Fracht. Ich hab euch... Ich hab euch beide. Hab euch beide abwechselnd. Was ist denn jetzt... Jetzt kaputt, Jackie? Ach se, jetzt kaputt. Gerade hab ich... Ich bin kaputt. Heilungsboost, Ape. Und Barriere benahnt. Dreifach Kill. Ich kann Mike alleine werden hier. Zarya ist auch down. Jawohl, Team Kill. Jawohl. Oh Gott. Sehr nice. Das ist eine beste Aktion bis zum Schluss. Außer für Sparantier. Mann, Mann, Martin. Highlight ist spiel. Bandit. Oh. Natürlich muss ich es sein. Wer sonst. Du hast das Spiel? Ich spiele hier gleich. Hausten irgendwie nach links. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann dich überraschern. Oh Gott. 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 Leider immer. Was? Leider immer für ein Lieder. Ja. Ja. Okay. Bob hat dafür sich selber gewählt. ganz Spaß. Ich warte. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ja. Schon vorbei. Oh nein. Ja, genau. Du hast angesagt, ne? Dann sag ich ab. Herzlichen Dank für die Zuschauer, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Lass uns einen Daumen um. Da haben wir Schröber. Ich habe es die Folge hochzusehen. Wisst ihr Bescheid. Ben it, Bob. Ey, Brush. Abschalten. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, ja. Doofe Hanso.